Wieso Babylon? Wieso ich und dieses Umfeld? Wieso pürierte Scheiß im TV? Wieso tote Umwelt? Weil es uns gut geht mit PC und Station, weil Fische geben Geld und Standing Ovation. Wieso alles viel zu teuer für mich? Wieso nix geschenkt, nix für mich, nix für dich? Weil jeder von uns im Wohlstand und Fortschritt, weil alle wollen scheinen, aber keiner kriegt ein Wort. Wieso Familien im Arsch und meine mehrmals? Wieso Pommes, Lätschert und Öl im Meersalz? Weil das Individuum die Nummer 1 ist. Weil Holz im Fritt und Jog und Salz kein Zähn. Wieso gratis Flash und Atemluft? Wieso alles Essen scheiße? Wieso alles so unreal wie im Hackensuch? Weil jeder in Bewegung, jeder gibt Gas, weil nur Schild drin ist und ich immer auf Gras. Wieso ständig krall sein? Wieso Bullen überall sein? Wieso Subjekt in jedem Fall sein? Weil ich's nöchtern nicht pack, weil du auf der anderen Seite Spack und ich mit dem Teufel pack. So, Wiesen zu betoniert. Wieso Wohn-Türme und Nachbarn dir aufs Fenstern stieren? Weil Menschen brauchen Raum, weil wenn du nix tust, dann kannst du nur schauen. Wieso fließend Wasser und Strom? Wie geht es? Wieso erzählen mir alle, dass es längst zu spät ist? Weil der Wasserhahn ständig unter Druck ist, weil unsere Totenanzeige schon längst im Druck ist. Wieso trotzdem noch geradeaus weiter? Wieso weiter fließen wir dreckige Eiter? Weil, sag mir wohin sonst? Weil es sich irgendwann vielleicht doch noch lohnt. Wieso nicht schöne Lieder schreiben und schöne Musik? Wieso ist sie Frieden und trotzdem Krieg? Weil es verloben wär für alles. Weil wir alle umfallen, aber zuerst euer Knall. Wieso will ich raus? Das ist doch meine Mama. Und wo will ich hin? Welche der 36 Kammern? Weil Mama nur dreckige Wäsche macht. Ich muss raus auf den Thron der Nacht. Wieso Basie, Sunset, Leopoldstraße? Wieso Blut, Flut? Wieso gebrochene Nasen? Weil ihr lebt's halt wirklich im Ghetto. Weil ihr seid schön hart, aber habt sonst nix im Petto. Wieso ein Star sein? Nur um zu fallen? Wieso Stress mit Bitches? Nur um zu knallen? Weil Schafe brauchen einen Hirten. Weil Männer ohne Sex verdammt verwirrt sind. Wieso Liebe, wenn sie das ist, was mich umbringt? Wieso bloß Fos, alles was mich umbringt? Weil sie mir Halt gibt und mich nährt. Und weil ein Friend mehr ist, als einer, der mich fährt. Wieso Friends, die bloß Kollegen sind? Wieso echte Friends, wenn sie eh auf ganz anderen Wegen sind? Weil ich selber Arschloch for life. Und weil ich das hier alles nicht begleif. Wieso ist hier jeder alleine, obwohl es allen so geht? Wieso was machen, wenn ein Schwein ist okay? Weil irgendwann gehst auch du, weil dann irgendwas für mich stehen muss wie EQ. Wieso Cash und schiefe Bahnen? Wieso ist denn allen der Tod, egal wie wir absahnen? Weil ohne Zasta auch knastbar und wir werden alle recycelt, flachen längst auf den Laster. Wieso wählen, wenn mich eh keiner fragt? Wieso freundlich sein, wenn mich eh keiner mag? Wieso? Weil irgendjemand wird schon Coop sein. Und irgendjemand stopft nur noch nen Topf rein, weil... Und irgendjemand stopft nur noch nen Topf rein, weil... Und ich bin einfach... 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 Vielen Dank.